Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy zu 100% durch. Und ja, das ist das habsichtlich, das ist eine Deutsch-Englisch-Vermischung, was einfach lustig ist. Und ja, wir sind jetzt bei Welt 2, also der Hospital und der Dunkelwelt und holen alle E-Plus-Zeiten, die wir noch nicht haben. Zum Beispiel da, wie viele Sekunden länger braucht als ich darf. Also, schauen wir es mal an. Naja, das ist... Das kenne ich, glaube ich. Naja. Ich habe es jetzt etwas länger nicht gespielt, wie man vielleicht erkennen kann. Okay, war vorher auch nicht viel besser. So, jetzt müssen wir nochmal wissen, wie das funktioniert. Ist da um eine Warp-Zone, ja, oder? Ja. Okay. Ja, die hole ich aber jetzt sowieso noch nicht. Jetzt kommen mal E-Plus-Zeiten dran. Ich glaube, da muss ich halt, glaube ich... Ich glaube, da muss ich halt, glaube ich, gar nicht drauf. Genau, da muss ich hin. Naja, dann eben nochmal. War sowieso etwas langsam. Von der Zeit her, weiß ich, ist was gegangen. Ja, das sieht nicht mehr aus. Das auch nicht. Ich glaube, da habe ich das vorher gemacht. Nicht da gelandet und dann küpft. Ja. Okay. Okay. Komm jetzt nicht gleich rüber. Okay. 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 Das müsste ich aber genau ausgehen. Nein, genau nicht, aber. So. Sehr viel Meat Boy ist für den kleinen Level. Gut, der nächste hat auch Quill. Dann hinter 42 Bandages. Okay. So, ja, ich sollte auch schnell sein. Warum hüpft der da? Komisch, komisch. Okay, versuchen wir es einfach nochmal. Ja, der hüpft auf jeden Fall komisch. Zu früh gejumpft. Okay, okay, okay. Hem. Okay, da komme ich nicht hin. Da muss ich auch gar nicht hin, genau. Ganz ruhig. Naja. Ja, alle, die glaubt haben, ich bin schlecht. Hat sich jetzt der Verdacht bestätigt. Genau. Ich glaube doch, der nächste Level war nichts mehr. Das habe ich glaube ich schon. Jo. Da habe ich schon eine ganze Reihe. Das habe ich eine ganze Reihe nicht. Stabhasen. Das ist der Level. Der Level. Oder so. Auf jeden Fall habe ich da nicht der Platz. Das muss ich ändern. So. Jetzt aber wirklich. Gehe nicht zu schnell, sind da oben. Das Warten und es mit der Ruhe angehen soll. Ja, klappt doch. Der nächste Level kann ich auch gleich machen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich es machen muss, bis ich... Ah ja, das ist das. Ich muss jetzt erst dorthin. Hau auch nach oben. So geht's nicht. Oh, ist das vorher jetzt nicht. Oh, wie sehr core ist. Okay. Ja, komm. Danke. Nein, wollen wir nicht alles rein kaufen? Bitte. So, dann tötet mich eben, du komische Kermbakterie. Hm. So, und jetzt wartet es mit dem Meat Boy. Nichts zu unterstützen, jetzt müssen wir da runter. Ja, so geht es natürlich auch. Hm. Nein. 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 Okay. Okay. Oh, immer an der Stelle, okay. Ja. Ha, ich bin weg. Ich geh mal da lang. Es sah nicht so aus wie nicht schneller, weil es genau gleich geht, aber egal. Ich weiß noch nicht, was die Zielzeit ist. Mal kurz so 30 Sekunden. Nicht mehr. Oh ja. So, um, ja, das ist die Level umgekehrt. Der Level. So. Mal einen kleinen Umweg zu machen. Glück gehabt. Ähm, na, der ist aber nicht mehr. Ah. So, Bandage wird dann später geholt. So, da kann ich glaube ich runter. Warte. Naja. Dann warte ich lieber, bis er wieder da ist, ja. Okay. Das hat trotzdem geklappt, obwohl ich da so einen Blödsinn zum Schluss gemacht habe. Und da etwas länger gestimmt bin. So, da kommen die Laser. Nehmen wir einfach runter. Zur Seite vorbei und fliegen da wieder runter, dass ich so gar nichts gebraucht habe. Ah, das ist das, okay. Okay, da kann man auch nicht rumbleiben. So, ja, da kann ich eigentlich schlechter gehen. Ich glaube ich sogar schneller. So. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hm. 16 Sekunden. Hacke. Ich glaube da sogar ne neue. Knappe ist schon gewesen, glaube ich, oder? Na. Ne. Na, nicht zurück hin. Okay, zwei Levels noch. Dann kann ich mir nichts gleich nachschauen. Da darf ich nicht bei jedem Mal warten. Genau. Gleich bis da her in... Ach, ich will da runter. Ich habe Angst, dass ich zu weit gehe. Geh es gleich zu weit an. Nun. So, also gleich. Bis ins Loch rennen. Jetzt da runter. Meat Boy, geh da runter. Bitte. Grins. So. Das wollte ich jetzt nicht, aber okay. Na gut, da habe ich... Na, trotzdem nicht der Platz. Na super. Warum habe ich jetzt die blöde Bandage genommen? Egal. Muss ich es nachher nicht mehr machen. Und jetzt nehme ich auch noch den nächsten Level. Oh yeah. So. Okay, wir gehen einfach mal zurück. Ja, da habe ich halt dann schon die Bandage. Muss ich halt... Ja. Ja, keine Ahnung was ich jetzt mache. Egal. Ups. Ups. Okay, jetzt geht es jetzt ganz sicher aus. Eigentlich ist es ja so ein Fehler gewesen, aber gut. So. Jetzt nächster Level, so. War das jetzt knapp? Ich glaube schon. Okay. Ja, zurück. Und letzten Level. 20. So. Ja, auf jeden Fall das. Wie lange habe ich da braucht? Keine Ahnung. 36 ist auf jeden Fall die Vorgabe. Hups. Ups. Hups. Hups. Wollen sie was kennen ja. Ah, das tu. Hups. Geben anfangen nochmal gleich rüber, wenn ich gebegründet. Ja. Na. Das ist doch. Hups. 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 Das sind wirklich schwer, das sind sicher. Na, ich will. Ja, okay. So. Okay. Ein bisschen Rest machen ordentlich, dann geht es jetzt raus, weil da habe ich jetzt sehr viel Zeit... ...gut gemacht. Schätze ich jetzt mal. Hm. Naja. Naja. Ich bin sehr sicher, dass sich das ausgeht, dass ich da gleich reinspringe. Jetzt hat er nichts erschlüsselt für den Ventilator, schätze ich jetzt mal. Uah. Pipf Meat Boy. Ja, jetzt dachte ich schon, weil das nicht gekommen ist. Haben wir es nicht geschafft, aber es sieht doch sehr gut aus. Gut, dann war es das mit Kapitel 2 der Dunkelwelt, alle Platzzeiten. Schon etwas schwieriger, aber doch geschafft. Alle, ja, sehr gut eigentlich. Also weit unter der vorgegebenen Zeit, außer da halt. Da fast die Hälfte. Jo. Na schön. Gut, das war es dann mit Kapitel 2, alle E-Plastzeiten von Super Meat Boy. 100%. Let's play. Oder so. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es dann weitergeht. Bis dann.